Äh, wie geht das denn rein? Ich bekomm's nicht auf die Energy. Geht es nur noch bei Energy? Ja, aber dann kannst du ja auf der Energy fliehen oder so. Also lass mal aufsuchen. Ich denk mal, er geht gleich zum Energy-Figil oder so. Aber ich weiß nicht, wie ich den finden. Mit STRG. Mit STRG? Sicher? Weiß ich nur, frag LZ. Aber Message, nicht offensichtlich. Ja, hab ich schon zweimal gefragt. Mit der linken Maustaste, wenn es Standard ist, wo bist du? Da mach mal Show bitte. Und die Fahrenden suchen jetzt beide mal dann Harrison auf. Ich glaub beim LZBD. Taucht er gleich auf. Und dann fährst du so scheiße oder parkst irgendwie, dass er dich kontrollieren will. Warte. Du musst filmen, ne? Ja. Ja, ich hab keinen Cam-Hack an. Ich mach das dann ohne. Jo, lass zum PD. Wir parken ihn da vorne beim PD und dann macht der Boom. Ach, hier. Wo ist denn? Die gehen aber, lass ihn hier parken. Genau. Hier. Nein, hier. Ja genau, hier in der Einfahrt direkt. Aber nur so parken. Aber ich hab Stähne. Ich bin doch auf der Karte. Ja, egal. Ich muss aber absteigen zum Spreng. Mach mal Cam-Hack an, dann geht das auch anders. Ich hab kein Cam-Hack. Ich kann auch darüber nicht, ich kann darüber nicht gucken. Ja, ich muss das anstellen, deswegen. Ey, du musst mir sagen, wann ich sprengen soll, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich spreng. Ja, wenn er daneben steht. Ich weiß gar nicht, was du da sollst. Nein, wie? Mann, spreng. Ja, ich weiß, hast du denn so ne Spreng-Links oder vielleicht musst du sogar im Fahrzeug drin sitzen? Nee. Du Spreng bestätigst. Du sagst Bescheid, wenn ich, denn drück ich alle Tasten Wild, STRG oder rechte Maustaste, soll's sein, irgendwie. Frag doch erst mal, was ich fragen. Er meinte, äh, linke Maustaste, wenn's Standard ist. Du sagst Bescheid, wenn ich's machen soll. No, ich schießt der gerade? Ich hab grad Schüsse gehört. Ach, das ist ein Backe. Member joined. Wohl. Muss mir hier ganz schnell gucken. Oh, oh. Da steht jemand. Und jetzt kommt er gerade raus. Sag jetzt. Du musst ein bisschen früher sein, ne? Moin. Du musst im Wagen sein und linke Maustaste dann drücken. Wenn du zünden willst. Also setz ich mal in den Infernus rein und fahr ein bisschen da rum. Doch, meinte er gerade zu mir. Also geh schnell in den Infernus, da steht er gerade neben. Da muss ich im Wagen sein. Boah. Geh jetzt zum Wagen hin. Er soll mit zum Wagen. Warte mal. Nein. Rennen. Rennen. Wieso muss ich denn 1125 Dollar bezahlen? Ja. Dann laufst du halt dem Auto hin. Als würdest du abhauen. Leih. Für das Parken auf dem BD geländen. Bleib verscheid bevor du... Ich spring jetzt. Ja. Bombarm. Bombarm. Das ist ein Bombarm. 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 No. Noo. Noo. Jetzt komm schnell mit. Ich bin festgetissert. Scheiße. Ich muss weg. Abhauen wir mit der Energie. Fährt er mit? Ich muss bevor ich bezahle, bevor er bezahl macht. Ah da, Scheiße. Er ist in unserem Channel und nimmt es auf. Er nimmt es auf. Der Assi. Oh nein, jetzt habe ich noch... Oh nein. Nein. Na, aufschmeißen Sie? Aber gut.